Hallöchen, da sind wir wieder zurück bei Stranded Deep. Das Headset macht ein bisschen komische Geräusche oder mein Bart. Naja, wir machen wieder weiter und es kann sein, dass mal ein paar Folgen Stranded Deep täglich kamen, weil das Forrest Update auf sich warten lässt oder allgemein die Updates nachlassen, naja. Und weil mir das gerade sehr viel Spaß macht, das Spiel, mache ich nochmal direkt eine Session an denselben Tag. Wie vor zwei, drei Folgen. Das kann man ja mal machen. Mir gefällt das, mit dem Boot hin und her fahren und die Insel erkunden und alles. Und jetzt wollte ich eigentlich mit dem Boot, wir haben ja noch unsere ganzen Kram da, aber wir wollten ja noch ein bisschen weiter. Da war ja noch ein bisschen was. Das rasen wir wieder an. Naja, und vielleicht ist das manchmal ganz gut. Sind ja auch nicht so viele Projekte auf dem Channel. Wenn es ab und zu mal zig nicht kommt. Nicht immer, also nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, aber ihr seht ja, das dauert manchmal, bis man hier ein bisschen vorankommt, ne. Aber ich bin auch einer, der sich Zeit lässt. Hier waren glaube ich auch noch ein paar Früchtchen dran. Ich fahre auch wie so ein... Ich fahre gerade komisch, hallo. Hier ist aber Strömung. Und jetzt schon noch ein bisschen. Dann gehen wir, ich komme jetzt auf dem Boot, Das ist doch ein bisschen was, derард. Und dann machen wir uns auch noch ein bisschen. Der Protokoll. Und dann mach mich los. Und dann geht es einfach um den Korpsen ein wenig. Und dann geht es schon mal voll, wenn wir die Korpsen Sachen verknall haben. Und dann geht es ja noch mal ganz gut. Und dann geht es auch bis 6,5-0. Sollts. Wo ist er? Wenn es hell ist und wenn er hier in der Nähe ist, kein Problem. Und mit der Baranee ist er schon mal nicht. Ich will jetzt auch nicht hier rumwarten und alles. So, das Boot wartet mal hier. Was haben wir denn hier noch so schönes? Wrack haben wir ja noch. Ist aber alles weg hier. Da hinten schon das nächste. Hier haben wir nichts. Und das ist nicht viel. Aber da hinten geht es noch ein bisschen weiter. Während man das Wildschwein da hinten sieht. Kann ich doch mit meinem Kutter hier. Hier ist es. Vielleicht war das noch nicht fertig hier oder so. Aber hier ist einfach was. Vielleicht hab das noch hier dazugehört. Aber egal. Gucken wir mal. Palmen und so sind hier auf jeden Fall. So, erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Hinten. Hinten da hinten. Ich weiß nicht, ob da noch was ist. Wie lädt der wieder? Wir konnten auch so viel Ficus mitnehmen, aber wir brauchen nicht unbedingt so viel Sticks. Da war keine Nuss dran, keine Kokosnuss. Hier auch nicht. Ist das wieder eine andere Insel? Das kann natürlich sein. Na gut, ich tue auch dabei. Das tue gerade noch hier zu. Aber anscheinend nicht so. Was ist da vorne? Rechts. Das gehört vielleicht noch dazu. Man weiß es ja nicht, ne? Okay, hier auf diesem Stück gibt es nichts. Haben wir zufällig Hunger oder Durst? Ach, ein bisschen. Kann ich mal essen. Kann ich mal essen so. Jetzt ist es gespoilt. Hätte ich mal darauf achten sollen, ne? Ist aber alles schick, du. Ach. Ach. Wir sind einmal nur rumgekommen. Okay. Praktisch. Das ist ganz nett. Haben wir alles eigentlich abgeschlossen bis auf ein gewisses Wrack. Lädt ihr hier wieder? Ich weiß nicht, wo es genau war. War es hier hinter? Hamburg taucht es auf. Gibt es noch was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab nicht gesehen, ach da. Hier ist ja auch was, oder was? Bisschen aufpassen muss ich, du. Hier ist glaube ich nichts. Nö, egal, macht ja nichts. Hier ist ja hoffentlich was. Ah, wieder Reifen und so. Ducktape. Könnte man auch wieder so mitnehmen, aber... Weiß nicht. So. Fuel Tank. Ganz nett. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Haben wir schon. Schon mehrmals. Die Taschenlampe. Was haben wir hier? More fuel. Ja, da ist noch was. Ja, da ist noch was. Wo nichts drin ist. Aha. Komme ich hier noch irgendwo... ... 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 Da kommst du nur da rein, aber ich weiß nicht, ob da was drin ist. Na ja, ist mir zu riskant. Gut, na ja. Es wird auch schon bald dunkel. Weil ich jetzt natürlich die Früchte einsammeln kann und die erstmal verzerren kann. Da müssen wir die Koksisse nicht so anrühren. Nehme ich nochmal alles mit, was hier noch so geht. Und dann müssen wir das langsam nach Hause bringen. Da ist noch was schönes. Das hier noch direkt. Und den auch. Da war nischt. Da war nischt. Na ja. Gut. Gut. Aber das bringt noch einiges, ne. Ach, hier sind noch Kokosnissen. Sieh mal an. Die sieht man ja fast gar nicht. Die sieht man ja fast gar nicht. Jetzt nicht alles abholzen will ich jetzt nicht, ne. Da ist noch eine. Dann geht es uns schon wieder gut. Brauchen wir nichts anderes gerade. Nein. Auch nicht ihn. Weil mich interessiert, was es für ein Fleisch gibt. Ja, ich bin fies. So, jetzt wird es natürlich dunkel. Das ist natürlich... ...nicht so nett. Ach, hier habe ich auch noch die ganzen Gedöns. Das muss ich noch mal eben... ...aufklopfen. Die müssen noch alle mitnehmen, du. Ich nehme erst mal das ganze Gedöns hier mit. Ich nehme erst mal das ganze Gedöns hier mit. Da ist noch einer der Seelen gerollt. Ja, das werde ich natürlich auch noch alles mitnehmen. Das kostet aber auch immer Platz. Okay, das können wir alles nicht mitnehmen. Wir haben auch keinen Platz mehr. Naja. Jetzt würde ich ein Hai sowieso nicht jagen. Aber ich... Wir haben ja Licht. Ich glaube, es ging auch hier lang, so. Das leuchtet jetzt immer so komisch, ne. Hier sind wir irgendwann an Borggang... ...an Land gegangen. Aber da war ja noch nichts. Das ist die andere Insel. Das ist die andere Insel. Ah, meine Orientierung. Da müsste... ...müsste gleich etwas Schönes laden. Genau. Weißt du, wie es hier aussieht. Wie es hier aussieht. Ich weiß noch nicht, wie lange der Motor überhält, also ein Beziehen. So, dann machen wir erstmal die... War eben komisch, hm, naja. Label Maker, Duct Tape, da haben wir doch noch eins von, also schmeiß es auch noch hier hin, zack. Label Maker haben wir jetzt auch wieder noch einen. Da haben wir noch einen Kanister. Der Stein, oder? Fuel Tank haben wir wieder. Ja, das weiß ich nicht, aber das lege ich trotzdem hier hin. Das Morphium. Zack. Wo war ich mal eben? Schnell. Was heißt schnell? Ich fülle mal die Sachen auf, damit es sich wieder auffüllen kann. Zack. So. Muttersmus. Jetzt können wir auch besser nachts arbeiten. So. Die Lampe. Ich will trotzdem eine hier, hier hinstellen. Hallo. So. Die mache ich dann aus. Okay, es geht ja. Könnten noch mehr gebrauchen, natürlich. Welchen Schrott habe ich jetzt in der Hand? Weiß nicht. Ich lege jetzt mal das ab. Egal. Okay. Mittlerweile springt es doch wieder so ein bisschen rum, ne. Aber okay. Weil es immer so ein bisschen mit den anderen kollidiert. Und... Boah, was wie hier alles ist. Puh. Und wir müllen unsere Insel. noch irgendwas... in die Gegend. Sieht nicht schön aus, aber naja. Ja, ich könnte noch mal eben schlafen. Aha. Sleep at night. Huh? Sleep at... Ach, ich weiß nicht, wie eng... Es ging mal so ein... So ein Deeds. Speichern tue ich auch schon mal. So. Swishy. Leggy, Leggy. Noch einen, ne. Keine Sorge, wir haben ja noch ganz, ganz viele... Ich könnte hier noch was auffüllen, aber dann... Ich weiß nicht, ob das immer so lohnt, ne. Okay. Dann düse ich gleich mal wieder los. Und wir sind in der nächsten Folge Stranded Deep. Und holen wir uns den nächsten Kram und dann mal gucken. Okay. Auf jeden Fall... Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh... Da nutze ich nicht etwa ab, ne. Nutze ich der Hobos doof ab, die Tonne? Schreibt's in die Kommentare. Oder... Oder das ist so. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.